Hi und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Phasmophobia mit Knaller und mit Akarin und die beiden sind schon losgelaufen. Wir machen ein Foto vom Salz und lassen den Geist durch den Foto laufen und reinigen Räucherstäbchen im Wasser. Für alle die nicht aufgepasst haben, ich habe auch keine Ahnung. Oh, wie heißt der denn? Wir warten alle auf dich. William Thomas. Ihr könnt schon mal reingehen, ich habe die Schlüssel vorne hingeschmissen. William Thomas. William Thomas. William Thomas, wir suchen dich heim. William Thomas, wir suchen dich heim. William Thomas, gib uns ein Zeichen. Billy. 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 Billy, Schabby, da. Billy, Schabby, da. Knaller warst du schon im Keller? Billy, Schabby, da. Billy, Schabby, da. Billy, Schabby, da. Nö. Oh, hier hatte ich kurz elf Grad gerade. Hier war elf Grad gerade. 10,9. 10,9. 10,8. So scheint hier zu sein. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Schüß. Wir haben den Raum. Er hat das Buch geschrieben. Schüß in meine Hand, Junge. Schreib noch mal ins Buch. Alles klar. Es ist so ein dickes. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Lol. Ich sehe in der Spiegelung den Knaller noch. Siehst du das? Nö. Okay. Geh mal runter. Für mich ist die Spiegelung einfach nur verschwommen. Also so ein komisches, schwarzes Ding. Okay. Der macht ziemlich viele Türen auf. Sollten Finger. Ja. Also. Hier kommt die Trippe runter. Und ihm fliegt irgendwas hier näher. Ja. Ich habe halt auch Bloody Mary gesagt. Mag er halt gar nicht. Ich sehe schon, dass ich gleich hier in diesem Kackhaus wieder sterbe. Ich sage es euch, wie es ist. Das ist halt echt. Ach du, die Fingerabdrücke mit. Nimm ich Bewegungssensor mit. Schon mal ganz schön zu sehen. Nehmen wir zehn Kameras mit. Dann können wir auch was drehen. Ich kann nicht. Ich habe einen großen fixen EMF. Ja, dann nimm. Ich habe eine Kamera, Bewegungsmelder. Nimm noch eine Kackkamera mit oder so. Nein, nimm eine Kerze mit. Dann machen wir nochmal Bloody Mary. Nimm eine Kerze mit. Wenn der EMF drin liegt. Na leuchtet mir bewusst, du rennst. Ja, ja. Achso. Da war ja was. Der rennt immer. Zack. Das macht halt Spaß zu rennen. Fußabdruck. Wie die Gonzales und so. Fingerabdruck. Da, auf der Tür. Machen wir ein Foto? Foto? Tür? Hallo? Foto, Tür. Hallo? Hallo? Foto, Tür. Hallo, Duda, 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 Duda. Ich kann in dem Raum, in dem Raum hinter dir stecken, hat ein bisschen im Kreis gelaufen. Ich habe es im Salz gesehen. Ja. Der hat halt dreckige Füße jetzt. Jetzt zunehmend die Füße wie in dem Salz wahrscheinlich, ja? Also Fingerabdrücke und Buch. Fingerabdrücke. Macht noch jemand schlecht oben im Badezimmer aus. Nein. Spirit, Revenant, Spirit, Revenant, Spirit, Revenant. Ich, äh, okay. Also, rennen ist vielleicht uncool. Spirit, Re... Was, wir sind nicht mehr oben. Box. Ja, da musst du nochmal engeln. Seht am Bad aus, macht man sich sicher. Ne, müssen wir nicht. Revenant oder... Es kann nicht sein, dass es Orbs gibt. Also die Videokamera bringt nichts. Ja, wir brauchen EMF oder, was hast du gesagt, Box? Ja, EMF oder Box. Okay, ich habe zwei Boxen mitgenommen. Nimmst du noch ein EMF mit? Ja. Hallo? Bist du hier draußen? Nein, ich glaube hier draußen ist er nicht. Zweifelig stark. Ja, sicher, sicher. Was macht denn die hier? Warte, Plan B. Wir rennen die Treppe runter, oder? Was, Plan B? Falls er huntet. Ja, wenn er huntet. Und das ist ein Revenant. Was machen wir? Wir gehen die Treppe runter, machen die Türe zu und verstecken uns. Warte mal, wir gehen erstmal unten gucken. Komm, wir gehen erstmal unten gucken. Du meinst doch die Treppe, oder? Ja, nein. Wir müssen ja von oben von dem Raum abhauen. Ja, dann gehen wir sofort hier irgendwo rein und machen zu. Weil wenn wir uns verstecken... Okay, wir gehen in diesen Raum. Okay. Weil wenn wir uns verstecken, ist er langsamer. Ich hoffe, wir... Ja. Nee, ich glaube, wir schaffen das nicht. Warte mal, wir müssen oben was suchen. Wir gehen in den Kackschrank. Wir gehen hier rechts. Ja, das könnten wir schaffen. Okay. Wir nehmen noch den Ball da raus, aber das könnten wir schaffen. Also, er ist noch im Raum, weil das Salz hier draußen hat noch keinen Abtuch. Hallo? Hallo? Ihr seid so still. Das machen wir zu. So, was ist... Was muss es denn sein? Box oder... Warte mal. Sprich mit mir. Sprich mit mir. Geh mal ein Stück zur Seite, geh mal vor die Tür. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Wenn der Fleisch auf einmal vor dir steht. Aber es war nur vier. Es ist nur EMF vier. Es ist nur EMF vier. Dann geh wieder rein und mach weiter. Zeige dich. Wenn du auf einmal hier vorne stehst, dann steht der Fleisch auf einmal vor dir. Dann weißt du auch mal Bescheid. Puh. Der Fleisch, der halt. Alter. Warte mal. Lieber Fleischer, gib mir... Warte mal, Knaller ist da. Okay, lassen wir dem den Zeichen geben. Ach so, ich geh ja. Tschüss. Nein, nein. Du kannst auch mal die Arbeit machen. Ich will nicht jedes Mal sterben. Immer sterb ich. Immer sterb ich. Immer. Ich bin... Nee, nee. Ich bin jetzt jeweils einmal gestorben. Jetzt bist du dran. Ja, also. Ich bin auch schon gestorben. Aber heute nicht. Opfer dich fürs Team. Warum soll ich mich opfern? Ich hab investiert. Wer investiert, muss nicht. Was? Was ist das für Bullshit? Was ist das für eine Kackrede? Ich hab auch investiert. Ich auch. Ich hab bestimmt eine Kopfflammerkamera hinzugefügt. Na? Fuck. Ich weiß halt nicht, welches Level das ist. Warte, ich komme. Danke. Fünf. Ja. EMF fünf. Halt nicht rennen. Warte. Nicht rennen. Nicht rennen. Nicht rennen. Nicht rennen. Nicht rennen. Ich renne noch nicht. Was ist mit euch? Hörst du jetzt mal auf zu rennen, du kleiner Knaller? Ich mach nicht. Was ist dein Problem eigentlich? Du rennst jedes Mal wie so ein Besoffener durch die Gegend. Ja, auf du oder was? EMF fünf. Es ist ein Revenant. Ach so, oh, der kann man echt nicht rennen. Oh, du bist... Nee. Komm, wir fahren. Das ist... Nee, das ist schon so was für ein typisch Knaller. Was? Warum? Das ist... Was ist denn hier? Machen Sie ein Foto vom Geist. Wieso hat denn keiner... Er schlägt sich im Raum. Wieso hat denn keiner ein Foto gemacht? Irgendwieso sollten wir denn ein Foto machen? Ja, weil... Weil es Aufgabe ist. Ja, Knaller geht jetzt auf jeden Fall rein zum Räuchern. Ja. Wo sind die Räucherkerzen? Ja, kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Leg ich dir hier alles oben hin. Ja, okay. Dann legt's da hin. Ja. Liegt alles da. Räucherkerze und Feuerzeug. Ja, dann geh mit zur Not. Dann kannst du ein Foto machen, weil ich nicht Räucher. Hoppla. Oh, Knaller. Der Räucher teilt sich hier draußen schon, weißt? Oh Gott, wie kann man denn... Nimm's jetzt mal bitte ernst. Wo ist denn das andere Feuerzeug hin? Entschuldigung, wenn ich das D auf S komme. Was ist dein Problem? Chen, wir haben alles. Wir gehen rein. Haben wir denn noch ein Feuerzeug? Wir gehen rein. Falls ihr es verkackt? Hat er. Hat er. Ich meine ein zweites. Was meinst du? Ach, egal. Kack Feuerzeug, der verkackt so eh. So, ich sag euch, ob's geklappt hat. So, Räucherstäbchen hat funktioniert. Aktivität Null. Aktivität Null. Foto Null. Wir hören immer nur Aktivität. Keine Zahlen nicht. Ach so. Aktivität Null. Aktivität Null. Aktivität. 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 Es war Null. Ich hab doch gesagt Null. Warum hört ihr mir nie zu? Die aktuelle Aktivität ist... Ich geh da nicht mehr rein. Der hat mich getriggert. Hier stand vor mir mit dem Fleischerballen. Mit dem Fleischerballen? Also, Revenant hat jeder eingeloggt. Drei, zwei, eins. Wir fahren. Und los geht's. Schöne Werkzeug. Ich würde so Feiermänner das Geld halt echt bezahlen müssten, ne? Wenn er das Geld nicht wiederkriegen würde. Ich würde so Feiermänner das Geld einfach dafür nicht wiederkriegen würde, wenn es sinnlos rausgeschmissen werden würde. Hätte ich kein Problem mit. So, ja, das war einfach mal eine schnelle Runde. Würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Bis dann, tschüss. 받아Tubeierabend für heute. Nochtoberstrom times mir. Bis dann, tschüss!